Wir freuen uns sehr, dass wir Leo heute hier auch begrüßen können. Leo, was gibt es Neues auf Mallorca? Ja, wie die Jahre zuvor hat die Pedia wieder einen Katalog gemacht, 2015, wo die Taubbasen der Pedia aufgeführt sind und dieses Jahr in Kooperation noch mit Mallorca for You haben wir im Katalog entsprechend Fingas-Ferienhäuser und Ferienwohnen integriert. Und wer weitere Informationen haben möchte, der kann sich natürlich selbstverständlich hier auf der Booth weiter erkunden werden. Dankeschön, Leo. Dankeschön.